hallo und herzlich willkommen zurück bei ebis levoir soll ich gerade sagen nee wir sind bei cellar plate aber in ebis levoir und am besten ist wenn man sich hier oben scheinbar so ein bisschen plan macht also da müssen wir hüpfen da müssen wir hüpfen das problem ist nur ach wir können uns auch runter hängen lassen ja natürlich okay dann mal schnell augenbraue kratzen und jetzt geht's los hier hinsetzen vielleicht ist es so sogar ganz cool loslassen haha ich so hängt diese sager sie geht einfach nicht hoch ich geh mal runter weil ich nicht weiß was hier los ist ich glaube hier kann man da sich stehen okay ich kann ich fasse es nicht mit dem herabhängen ist echt viel einfacher ja wäre ja cool gewesen aber nun ja hochmut kommt vor dem fall oder vor dem strahlen die Okay. Ach! Ich glaube, die haben das Rohr hier extra hingemacht, damit man weiß, wenn man hoch muss, oder? Ach, jetzt eben ging es so gut. Weiter Richtung. So, mein Röckchen. Oh, jetzt geschafft. Ich hatte wirklich Angst. Dann auf zum Tor auf der anderen Seite. Ach. Wir nehmen doch den leichten Weg. Ei, ei, ei. Wie, hier gibt es nichts, was soll das? Eve, sorry fürs Warten. Rechen wir auf? Zu spät. Wir sind schon da. Was? Wie? Ist das Sicherheitssystem nicht online? Adam, kannst du überprüfen, wie nah wir an der Hyperzelle sind? Moment. Die Hyperzelle ist direkt hinter dem Forschungsrappon. Okay. Gibt es hier vielleicht irgendwas krasses für ... Nein, nicht zum Angeln? Nein? Okay. Okay. Gut. Dann holen wir uns mal hier hin. Mist, der Forschungstrakt ist eingestürzt. Hm, können wir nicht einfach den Rest des Weges schwimmen? Nein. Das Wasser steht unter Starkstrom. Das Ende tödlich. Und was jetzt? Wir klettern. Wir müssen anscheinend alles nutzen, was uns zur Verfügung steht. So. Da liegt nur ein bisschen Geld. Jetzt bin ich halt direkt hier hochgerannt. Oh. Guck. Hey. Wie gemein war'n das bitte? Hey. 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 Hochgutschen. Ivi. Okay. Jetzt zählt's. Das hat mich genervt, die doofe Lampe. Oh. Hä? Was machten sie? Hä? Kommen wir eigentlich von hier auch da rüber? Hä? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann soe und dann verabschieden. Kuh? Okay. Kuh, der unten lag halt nur Geld. Kuh? Nein, meine Patronen sind leer. Weh, du gehst jetzt nicht auf. Hä? Ich will nochmal machen. Ich muss erstmal gucken, wie es geht überhaupt. Okay, ich muss mir das merken, was da oben steht. 6 Eh? Okay. Jetzt verstehe ich. Ich habe gedacht, ich muss mir merken, was das für Zahlen sind, die dann nachgezogen werden. Oh. 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 Oh, oh, oh. Wir wollen aber zum Ausgang, oder? Oh, oh. 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 Okay, also hier in der Enge ist es echt besser, mal Schrot nehmen. Wartet ihr hier einfach die ganze Zeit? Eigentlich hängt hier einfach irgendjemand das Seil irgendwo hin. Ah, wir können da wieder hoch, glaube ich. Nein! Ach nee, ich muss ja da rüber. Ich wollte mal gucken, wo diese andere da hinfährt. Gibt es da drüben noch was? Rot fährt woanders hin und Blau fährt in den Tod. Okay, wir gehen direkt mal auf, äh... Das war ja total gewollt jetzt. Wieso bin ich nicht gestorben? Warum habe ich sie überhaupt probiert? Hier war ich doch schon fünfmal. Nee, da unten. Ha, da komme ich auch so hin. Brauche ich sie nicht dafür. Ich würde mitfahren. Äh, ich fahre dann doch eher nicht mit. Hier fahre ich übrigens auch nicht mit. Fähre ich übrigens. Ich fahre ich das. Ich fahre, ich würde mitfahren. Ja. Ihr seid jetzt schon gar nicht mehr. Nein, nein! Da unten. Nein. Papa. Nein! Ich will nur mal kontrollieren, aber ich glaube, es hat sowieso gespeichert, dass wir es aufgemacht haben. Ja. Supi. Wir warten hier, um kein Risiko einzugehen. Vor allem, wie hätte ich denn da hinschwimmen sollen? Ich wäre doch gar nicht hochgekommen. Das war ja mal elegant. Ich will mal kommen, die geht noch nicht nochmal. Gut, hier oben auch nicht. Okay, wie bringen wir uns denn jetzt um? Das war jetzt meine persönliche Herausforderung hier. Hier oben geht's doch. Hier oben geht's doch. Achso, das war eh so gut. Man konnte jetzt hier endlich mal nicht sterben. Oh, das war's. Ah. Hammer jetzt hier alles. Ich glaube schon. Da liegt eben halt noch Geld. Achso, meine Munition ist schon voll. Ich kaufe noch ein letztes Mal diesen hier. So, dann machen wir mal drei Pünktchen. Drei, zehn brauchen wir hier. Da brauchen wir 13. Das waren fünf und fünf glaube ich. 23. Ja, dauert noch etwas. Oh, ich kann was bauen. Juhu. Okay, es gibt sogar noch eine Verbesserung. Planetarische Diving Suit. Okay, das... Nee. Ah, der hat die Jacke an. Wir haben das ja aber alle schon gemacht, gell? Exusbein. Exusbein. So. Wir haben sieben. Weisheitsrätsel. Nee, ich wollte was anderes gucken. Äh, hier vorne. Können wir noch ein zweites jetzt irgendwann mal einsetzen? Ach, er ist der Müllsammler. Achso, ich hab gedacht, ich bin der Müllsammler. Der Arme, der schwitzt doch furchtbar in der Wüste. So, ihr Lieben, ich würde sagen, wir machen heute mal ganz kurz vorher Schluss, denn ich glaube, da erwartet uns etwas und danach kommt vermutlich wieder eine Zwischensequenz. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.